die unser land ist richtig nubig hihihi schießt den anderen komplett aus macht ihr immer alle mit der usb weg und mädchen hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde CSGO mit bernie joni und tiere und mir dem uli und special guest ist heute dann andre nba und besonders zu erwähnen wir haben gedacht wir nehmen mal ein mädchen mit ins spiel wir nehmen mal ein mädchen mit ins spiel so ich hab grad gedacht dort einer oh es wird dort dort B B B Alter das wollt verwirren wenn ich doppelt höre richtig doppelt und dreifache wieso ist das verwirrend ja die bombe mitgenommen ja die kommen jetzt mit der kathos genommen naja habt ihr fertig gg scheiße habt ihr fertig habt fertig die ist schon süß die will ich mal in echt sehen alter schreibt mal jemand unsere youtube adresse rein dann haben wir endlich mal weibliche fans hier oh Zoom ist dabei ich bin wieder auf A lang übrigens ich geh auf short mit dem short es gibt flash pass auf äh geh smoke ich geh auf short wird lang wird lang ok einen hab ich an a lang schei 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 net viel leben zu haben naja das stimmt short ja aber es reicht ja ooooh der hat gewartet sind die schon raus da hab ein bombe lang bombe down A lang aah Good job! Ja, okay. Unser Fan-Girl. Du weißt es. Steht 0-0. Ich hab noch kein Gegner gesehen, glaub ich. Dann will ich skypen. Hilfe! We are a curse, you know. You're no man. Du bist der Amerikaner. Du bist der Amerikaner. Ich hab einen auf Short down. Lass doch einen Short. Einer kommt Short. Wo gehst du immer lang? Ich bin immer Mitte und guck da, ob da werde ich mich kommen. Okay, einer kommt Short. Die kommen Mitte. Deine Mutter niemals! Alter, ist der Scheiße der Gegner! Ohne Witz! So einen schlechten Spieler hab ich noch nie gesehen in meinem Leben. Also Short hab ich übrigens eingemacht. Da ist schon der erste AFK. Da ist schon der erste AFK. Abo, Thomas. Und... Die wollten schon. Also... Ihr sagt... Okay. Hä? Auf... Auf B oder was? Ja... Der macht's sehr gut. Fertig! Ich... Good job! Good job! Good job! Good job! Good job! Good job! You did a very well job too! Hehehe... Heheheh... Heheheh... Thanky! Oh, Hör, Hör, da bahnt sich was so an! Heheheh... 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 Hehehehe... 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 Heheheh... an sie auch ein bisschen sein mittlerweile wissen sie gleich wo ich hierbei schon nein nein Juni da liegt eine Awe an meiner Leiche wo kommen sie wo liegt denn die ach der hat der dann oder? Ne der hat die nicht wo kommen sie die haben es vielleicht weggesprengt irgendwo müsste liegen Juni wo kommen sie? wenn jemand verleistet sein würde direkt ob sie über CTs wollen kommen da ist noch B die gehen B oh mann einer ist noch hinten bei Awe wieso erzählt ihr mir irgendwas von der Awe wenn ich die ganze Zeit frage wo kommt sie wo kommt sie oh fuck ich habe es dem Juni gesagt das hat eine Awe ja aber wieso redet ihr nicht mit mir jetzt lasst ihn pst weil wir nicht bei dir sind weil wir wussten es ja noch nicht mehr weil wir wussten es ja noch nicht mehr er läuft vorbei er läuft vorbei messer den haha hast gesehen gell cc spawn ja der ist hochgelaufen der ist aber gar keine Zeit mehr guja guja dir ist safe und du stifts die laufen über kurz pass auf da da nicer nicer ich bin der hacker da neu Wenn du jetzt noch gemacht wirst, das würde dir recht geschehen. Ja, wir können locker kaufen, ne? Nee, Echo, Leute. Guck mal, ich hab'n dunkelblauen Skin, alter, mit der Diegel gezogen. Ich hab' hier die Skins gestorben. Alter, sick, sick. Einer wird wohl in Mitte kommen. Was? Okay, ich glaub' die kommen short. Katos ist die Bombe. Lower Katos, push den schnell! Da! Warum ballert der auf mich, Alter? Weil da der Gegner irgendwo hingelaufen ist mit der Bombe, denn er hat ja gedacht, das ist der gewesen. Ja, wo sind die hin mit der Bombe? Die gehen jetzt vielleicht wieder B hinten rum, weil beim A lang sind sie nicht gewesen. Ich hab' auch nicht. Ja, die planten echt B. Haben mich irgendwie gebrankt. Was hab' ich für'n Aim? Mitte, 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 Mitte. Alter, das war grad... Juni, da steht doch... Hä? Wo steht da? Window, Alter. Man, Window war einer. Der bleibt da stehen, ist es. Oh, jetzt... Jetzt dreist's. Ah, der schon Zeug ist? Der geht seifen, oder? Der denkt immer noch, die ist auf A. Der sucht die Bombe. Die Bombe ist B. OMG, are you blind? Da ist die Bombe! Hallo, Jerry, hast doch jetzt ein dumm aus, Alter. Ich weiß, ich wollte den... Ich wollte den nur verarschen und sagen, dass der die Bombe doch vor seinen Augen legt. Sorry, Mann! Ich hab' Echo! Ja, Juni, kauf trotzdem. Achso. Ja, dann kauf'ma. Let's go, let's go! Der Bombe war in A. No, it was in B. Oh, sorry, Mann. I, 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 I just was kidding. Ah, short, short, short. Alter, der hat meinen Header gedrückt. Echt? Ja, der Zoom ist da. Da ist nur einer durch. Da ist nur einer. Oh, lang! Der B ist nämlich auch was. Überall. Spielt safe. Ah, die sind hinter mir durch gewesen bei A. Ich hab' auf lang geguckt. Ah, da war noch einer. Hallo, Papa. Wir waren mit. Wir waren mit. Wir waren mit. Wir waren mit. Behind you. Behind you. Behind you. Der letzte war mitte. Ah ne, es ist noch einer hinter. Ne. Noch einer. Sehr gut. Der letzte war mitte. Alles klar, jetzt geht es in die Luft hier. Hinter den Kirsten Ware hast du ihn gesehen, ne? Ah, das schaffst du ihn nicht. Der lebt noch. Ich weiß nicht. Wieso können die auf A? Ich weiß nicht. Wieso können die auf A? Wo seid ihr da eigentlich? Sie sind stort gewesen. Es hat aber der Uli ge... Äh, der... Ja, ich weiß. Er sagt er ist nämlich gestorben. Ich weiß. Äh, Echo. Ja. Ich hab nur noch ne Sache entkappt. Hi, now it's all my fault. Has hat er grad gesagt, it's all my fault? Ja, der will halt freundlich sein. Das ist nicht gewohnt. Ja. Okay, einer war wieder Mitte. Könnte Short kommen oder Mitte. Guck mal mit auf A Spot. Hast du ne Waffe oder bist du auch Echo, weil... Ja. Gut. Okay, komm, die Block B oder was? Er ist nur Steps und und. Nee, nee, B ist nur ne D. Ist der Bot? Ey, wie kommt der da durch? Die haben kein Bot mehr. Der ist nett durch. Oh, ich hab den übel low. Mitte ist übel low. Ja, geh, geh. Ja. Doch. Was? Der kommt. Ach, der ist einer von uns, sorry. Der ist einer von uns. Was ist los mit dem? Habt ihr den schon gemacht? Ah, Short. Awe Short. Awe. Ja, Awe. Scheiße. Wir haben voll jeden Tippen angeschossen, Joni. Ja, einfach die Arme von hinten. Ja, einfach die Arme von hinten. Blenden noch nicht. Blenden gar nichts. Ja, da ist nur noch einer. Bleibt mir noch auf A. Bleibt mir noch auf A. Ich bin schon B gelaufen. Stay A, please. Stay A. Der ist, der ist A. Der ist grad vorbei. He is A, he is A, he is A. 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 Mich hat er gemacht. Hallo. Defuse. Defuse. Echt? Yery, der hat zu dir defuse gesagt. I'm sorry, but I want this defuse this time. Hey Yery. Manchmal muss man das vielleicht bei Spielen sagen, so. Ja, so. Ich meine, ist er über dir schon, Benni? Okay, ich muss jetzt besser auf die Ansagen aufpassen, was ihr macht, so. Ja, B ist immer einer. Der will uns ein bisschen piken und dann verstirbt ihr das Mal dann rein. Einer ist zu, ist heute. Was? Bombe ist übrigens Cutters gewesen, gell? Oben. Die könnten B gehen. Ich habe einen auf lang gemacht. Ich wurde gemacht, Mitte. Mitte. Die Bombe ist B. Lang noch einer. Die Lauf, rechts, da, Mitte. Ist einer, hier. Schön, Uli, jetzt schnell. Schön. Zwei gegen zwei, Benni, warte. Obwohl nicht die Bombe ist geplant, warte, nicht? Muss schnell vorgehen jetzt. Ja, ich weiß gar nicht, wo geplant ist. B, B. B. B, B, B. Okay, aber ich krieg muss man. Ja, schneller. B. Du hattest jetzt gegenüber rechts, Uli. Du musst schnell durch, du musst schnell. Okay, jetzt greift zu. Oh, der steht am Eck. Gott, he's B. Be careful, be careful. Ja, du kannst nicht mehr. Echt? Oh, nur drei. Schade. Egal. Egal. 4-4. Ja, wir gewinnen es sowieso. Ich, glaub ich. Ich, ähm. Ich kann nicht. Ich auch nicht. Dan, Dan. Hey, du den Drop. Kaufen wir. Der droppt nix. Wow. Hey, du mit der Weapon. Dude. Dude. Oh, ja, dann mach du bitte mit der A. Wie geht das ab? Ja, der Typ, der war gerade scheiße. Das hätte mich gemacht. Ah, nee, der war AFK, deswegen. B, ich flash. One, one. Ey, Uli, da kommen zwei lang. Hey, der gibt. Da kommen zwei lang, Uli. B, B, B. Gebt doch einfach. Ja, okay, dann gehen wir B. Der hat Bombe ist down. Der hat Bombe down. Geht schnell B. Hier ist auch keiner mehr. Short ist einer. Die Bombe ist easy. Safe. Bombe ist safe. Zieht euch zurück zu B. Da ist die Bombe. Okay, Benni, weil die kommt einer. Hast gehört, oder? Schön. Oh, aber da ist noch einer. Katos. Ja. Ja, der will die Bombe, die. Ja. Da kommt jetzt. Alter, was macht der? Ich hab eine Waffe geholt. Ach, scheiße. Ich hätte mir auch eine Waffe geholt. Wir müssten noch Mitte gucken, damit der Jaren halt von der Seite gemacht wird. Sind beide Cutters. Einer noch Cutters. Bin gerade Cutters, Freunde. Hat er eine Waffe? Ich will eine Waffe, ich will eine Waffe. Hier ist eine Arbe. Ich brauch keine Arbe. Hier liegt noch eine SG. Ich geh auch. Die Jahre machst du Mitte. Wo warst du vorher? B. B, okay. Ganz steig, immer warten oder abelben. Die laufen da, die ins Fadenkreuz eigentlich. Alter. Ich geh wieder aufs Lagen. Ich geh wieder aufs Lagen. Ja, ja. Den sind ja immer wieder versuchen zu kämpfen. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Der läuft Richtung A. Er läuft Richtung B. Benni, wenn du willst, kannst du mir dann meine Arbe mitnehmen. Ich glaub, der ist auf B. In der Mitte. Wo? Ich glaub, der ist auf B. Wo ist Benni? ja ich will in der mitte nicht in b ach so aber ich brauche jetzt auch noch nicht als nachher wo liegt die bombe die hatte wer hat hier grad juni kann die auch nehmen der spa weil der hat den molotov geschmissen der defekt man hat eine einmal angeblich scheiße ich glaube in der kassel durch kiste schießen er lebt nicht mehr ich habe die gescheite wache und die scheiß mücke hat mich genervt ich habe auch eine mücke die nerven mich für mich höh höh scheiß verriebe jetzt werde ich gerade auch voll schlecht juni oder juni oder hau egal nix geh du wieder mit der mit der arme seh besser lasst mir platz komm die müssen wir jetzt wiederholen ok blau mal die der der wirft hier immer ne smoke drüber der typ ok mitte juni wo ist die arme da sind zwei da sind zwei mitte ja da ich brauche mich auf die reihe zu gehen laufend short ups fuck juni ich habe dich aus dem zu gesmogt mal jetzt von hinten 1 habe ich auf short im zweiten auch nice hast du die eske von den gegnern ja 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 die könnten begehen ja lang war na lang ist einem pit war los also tatsächlich bombe da ist bombe hit ha gut ollie nice wer will die arme wo ist kann sie nehmen wenn du willst kannst du nehmen hier wo bist du hier werfe einfach egal ich gebe er mit ab will jemand mal short gehen kann mit dir nix ja ich kann auch short gehen mit der ab ich gebe er lang dann bist du mit dem wenn ich gucken mit der bissel oder gebären oder ja guckt dich kann sich auch ins window stellen ja dann stelle ich mich ins window jetzt ist clear komischerweise oh einer flank hat mich ok wir switchen oder war nur einer da ist immer einer das hat nichts zu bedeuten ja langsam alle die haben geflasht alle der war ja wohl mehr als drauf GRB bonsai B gut juja gut 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 ja gut ja gut gut ja du bist du sollst du lang gewesen hast du mit dem blick gut gut ja gut ja da kauf ich mir nicht irgendwas ok wieder auflagen das war eine Lappenaktion einer kommt B ich hab noch einen auf lang ich hab einen auf lang, ich hab 50 gegeben und stirbt er ich komm lang nicht durch ich hab den da abgehängt ich bin halt weg die kommen nicht A, ich glaub die gehen B ja bis jetzt ist B nix aber jetzt hat er da die Bombe in Katas wenn jetzt musst du aufpassen niemand guckt deinen Rücken wer? guckt Katas ja dann schau ich Mitte Mitte kommen Schüsse an ja der schießt jemand ach so ok der ist Katas tot wow Uli hast du ihn gesehen bei mir oder hast du bei den anderen gekocht? ich guck grad beim Benni weil er war sick ja die kommen es könnten zu dir kommen irgendwie zu wem? zum Jere könnten die kommen oder du bist doch noch der Leben der du lebst doch auch noch ja das hab ich gesehen Jere ja das hab ich gesehen Jere was ist die Mitte? hey was? Jere der ist lang der ist lang lang ich bin lang ja der ist gar nicht der hat die Bombe wieder oder? ach da hä nein hast du das auch gesehen? das hab ich ja auch gesehen oh man ey ach so letzt nee doch der letzte ey Uli willst du mal auf kurz gehen? auf A kurz? ja kann ich machen ja bist du lang oder was? ja ja ok ok Mitte haben sie schon auf uns geschlossen Mitte sagt er oh der der verarscht mich immer der Zoom Mitte sagt er ja jetzt keiner auf B keiner ist Mitte durch keiner ist auf B gut also ich bin auf B ich hab den in Mitte ja die Jere Alter schaut gerne so geil ey ich lieb das also die Mitte hab ich übrigens gell wo ist denn die Bombe eigentlich? die hat er noch ne? der letzte der wird ja nahe gehen oh der ist lang der ist gerade lang der ist gerade gegen unseren Bobby das wird ich vielleicht schon wieder nee da ist lang der ist noch lang war das doch die Granate oder was? ja ja so last round also alle ne Max-7 holen sag's euch nein so was wie ich auch keine bessere Waffe die mission ist simpel die mission ist simpel ne okay die mission ist simpel aber lauf doch mitule mich nicht oh ich seh die auf kurz ne Ich bin aber gerade wieder ein. Bombe da und lang. Bombe da und lang? Quatsch, oder? Doch. Wir laufen hier alle ins Fahnenkreuz. Oh, den habe ich jetzt nicht getötet, One-Hit. Für den habe ich zwei Schüsse gebraucht. Geh mal weg, ich will eine Granate werfen. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Was? Das habt ihr auch kurz gemacht. Wow. Das ist so lustig, mit der Scheutkanne. Das war echt lustig. Aber Terrorist macht mehr Spaß, finde ich, auf der Karte. Ja. Okay, gehen wir A lang. Okay. Sag's noch, Bobby. Vielleicht Steiner. We go long, ey. Jetzt wieder alle in der Türe stehenbleiben. Du bad boy. Nein, alle durch. Ich sehe nichts mehr. Hier war ich am Bot. Yay. Dann haben wir eigentlich schon... Ah, hinten, hinten. Warum schießt der auf mich? Dumpass, alter. Ja. Backe. 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 Lang, oder was? Ey, kurze, oder was? Lang, 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 lang. Achtung, Uli, ey. Ne, du, sorry. Lang. Lang, lang, lang. Ach, da war eine lang. Scheiße. Ich lebe noch, wie auch immer. Ich bin rechts draußen rumgelaufen. Ich habe nicht gerafft, dass... Ich laufe über die ganze Map, um den zu vernünftig. Also, die Fliege. Ich habe Bombe. Ich habe Bombe. Mein Erzfeind heute. Geh mal B, rush. Okay. Rush. Jere mit seinen Schützen. Ich kaufe mir jetzt nichts mehr anders. Flasht du, Jere? Ja. Geht einer rechts? Ich gehe rechts. Oh, fuck, der ist einer BK. Shit, ey, der ist... Ah, Doppeldoss. Den hätte ich fast ein Messer und gönnt, Danny, ey. Ja, aber der war ja noch voll. Window. Ja, zweimal müssen. Nix, Window. Haben wir eine Bombe? Ja. Der liegt da. Hol sie doch und blendet. Woo. Chris coming from City. Chris City. City, 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 City. Was denn? Ja, Window. Window. Window, Window, Window. Ich hab dir nicht geblendet. Weiß ich auch nicht. Ey, weil da stand die ganze Zeit gelb daneben. Ich hab mir halt erwartet, dass der nimmt. Okay, alle Tech-9 und wieder A lang rushen. Nein, Tech-9. Nehmt CZ. Für Noobs. Ich hab mir... Ich hab gekauft, weil ich... Ich hab Muskegen gekauft. I think it was my fault, sorry. Kein Problem. Irgendjemand... Äh, de... Joni ist mir voll reingrennen. Hab ich, glaub, ein Head ergeben oder so. Was, Mann? Oh, ich hab gedacht, ich geh pusht ihn schon. Hab ich doch. Ey, lass den Dan-Anschluss kicken. Mann, schluss. Hinter dir! Hinter dir, Dan! Der kommt von hinten. Behind you, Dan. Behind. Okay. Hau mal die Bombe! Oh, fuck, jetzt hab ich den. Noch einer, der ist immer noch... Der ist immer noch... Ah! Schön. Gut, ja, gut, ja. Das sind die geile Waffe, Mann. Bei mir liegen auch noch Granaten, gell? Hipsch. Ja, der ist... Ah. Kannst B gehen. Geil. Was? Aufs Messer. Könnte auch B gehen, aber... Weiß nicht. Malerweise badelten man da immer. Der ist sonst nicht da. Da musst du jetzt vielleicht rechts gucken, oder was du tun. Alles nicken. Laufschneider. Er hat noch halbe Minute. Guck, K. Der hat dich gesehen. Länderschnall. Pack. Was? Kannst du auch antäuschen. Jetzt hör auf, der kommt. Nein! Der ist in einer Kiste ja hingeblieben. Sorry. Gerade. Mach doch nix, wir führen noch. Ich mach Echo. Was machen wir? Wie ist der Plan? Äh, Benni, was ich dir sagen wollte, du kannst auch nur kurz machen. Dann hört er, dass du blenden willst. Ja. Geh mal hin. Ah, kurz, oder was? Äh, Joni geht mit der Bombe nach B. Ja, weil ich B gesagt hab. Und sonst hat niemand irgendwas gesagt. Ah, mit, äh, mit, 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 ist einer. LOL. LOL. Hat jemanden abgeschossen und der war auf einmal weg. Okay. Windows steht einer. LOL. Geht A, das ist frei. Oder, glaub ich. Ich weiß nicht, ob es komplett frei ist, aber da ist einer. Oh, nee. Joni, du. Ja. Da wollte ich spielen. Ja, unser NBA geht jetzt ab. Komm, eins gegen eins, Junge. Okay. Was, Junge? Okay. Zeig uns, wie man es macht. Ja, so macht. Oder, oh. Jedes, jedes Mal ist es der am Schluss, oder? Ja, echt, oh. Könnt ihr? Könnt ihr kaufen? Okay. Also, ich, wir gehen jetzt B und ich rush da mit der P90 durch. Ich hab auch P90. Wir haben auch, ich hab auch P90. Ja. Sag ich doch. Dreifach. Ja. Rush mal durch. Okay, AWP. Oben. Schön. Von hinten. Hei, was lebt man. Double Doors, aber trotzdem. Boah, der hat einfach aus dem Window alle gemacht, weil keiner Window geguckt hat. Jungelein, ich die Bombe nahe. Ich hab den Window-Tüben gemacht. Was macht der? Ich weiß auch nicht so genau. Ich hab doch den Window gemacht, Joni. Was hast du da? Er hat nicht geplant. Ja, aber... Äh... Ne, was hat er gerade gemacht? Ne, was hat er gerade gemacht? Eko. Eko. Was hat er gemacht? Ich verstehe es nicht. Was wohl? Was soll er denn? Ich verstehe es irgendwie. Ich smoke mit der ab. Aber wenn die Gegner da flashen und so, dann ist zu erwarten, dass jemand kommt, dann geht man nicht mit der Bombe in der Hand rein. Achten die haben eine Arbe, gell? Oh, das war ja scheiße. Viel zu arg durch. Ja. Hier. Schön. Okay, direkt blenden. Ach, ich hab die Bombe. Alles noch lang. Ich hab den Header gedrückt. Ich komme, die Waffe! Geht weg da! Gelb! Ach, so. Lassen kommen. Na, kurz sind zwei. Boom. Oh. So geht zurück. Lang kommt einer. So geht, bleib, bleib. Geht weg rum, gut. Ach so, lang kommt einer. Ich fight gerade, ich will nix. Okay. Ey, Leute! Okay, kurz noch. Ja, die haben wir. Hinter dir ist der. Hinter dir ist der. Nice! Sehr gut. Ey, hast du gehört, wie der Dan sich gefreut hat, ey? Oh, der Uli hat mich überholt, jetzt muss ich mich anstrengen. Ja, das ist schlechtes Zeichen, das siehst du mal. Wenn ich dich sogar überholt, dann bist du echt scheiße, Ioni, oder? Ja, ich war richtig geiler, Mann. Ich war richtig geiler, Mann. Ich war richtig schlecht, ey. Ich war mal wieder schon. Ja. Ja, ey. Oh, der Ioni. Soll ich die wegflashen, wegsmoken? Nee, wir haben zwei A-Wes und gucken den an. Okay, dann smog ich den nicht weg. Ich geh vor. Deswegen, deswegen wirfst du mit Absicht so komisch. Ich rush. Habt ihr den? Ja, den haben wir. Der hat nur ein bisschen gebraucht. Der hat mich eigentlich gar nicht getroffen. Ja, aber ich komm mal mit der A-Wes vor. Alter, die sind alle. Okay, ich lass die A-Wes vor. Achtung, der. Oh, das ist einer von euch. Von hinten. Von hinten. Ja. Von hinten. Ja, locker. Einen haben wir noch. Werden die Bombe. Werden die Bombe. Ich? Ja, aber dann macht mal einer Short. Ich mach Short. Lang war auch noch einer. Ah, nee, der ist tot. Der Short hat mich. Nicht gucken, nicht gucken. Nicht, ja, lass den einfach gucken. Warte da einfach. Der letzte hat mich gucken. Du guckst. Ein bisschen gucken. Jetzt weiß du nicht. Jetzt weiß du wohl. Geil, der war perfekt. Immer pre-fieren bei sowas, weil sonst hast du keine Chance mehr. Weil wenn die hier hinlaufen haben, ist ein schlechteres Aiming. Ich hab die Bombe. Geh mal hin. Ich hab die XM-C. Machen wir B, oder? Ja. Ich geh Kater's unten. Guck, guck, guck. Warte kurz, lass da irgendwann von euch voraus. Oh, nein. Stell seine Kater's schon, ey. Ich mach Uli, geh weg, Uli, geh weg, Uli, geh weg. Ich hab die Kater's gesmoked. B ist clear bis jetzt. Alter, ey. Ich hätte den locker gemacht. Der hat ewig gebraucht. Einer kommt, Double-Dose. Einer, Double-Dose. ... Blende kurz. Der kommt bis Window vielleicht. Guck, Window. Katas, guck grad keiner mehr. Katas, guck gerade. Ja, deswegen bin ich hierhin. Der kommt nämlich einer. Bei, komm, Katas. Einer noch. Einer hab ich gekriegt. Kommt noch einer, Window. Und Katas kommt auch, Joni. Katas, komm raus. Und alle direkt auf Sport, auf Sport, auf Sport! Der defused! Nee, noch nicht. Jetzt. Halt die Fresse. Nein! Oh man! Ich hab deinen Kopf gesehen übrigens. Na egal. Hammer, keine Echo, ne? Doch, ich hab... Oh, da können die mir droppen. Ich kann den LP 90 droppen. Ja, den droppen den LP 90. Ne, egal. Wo gehen wir jetzt? Gehen wir doch wieder A kurz, oder? Okay. Ja, einer geht weg. Einer ist durch Richtung B. Ich bin die Bombe. Ah, von Kartas kommt. Ich bin so dumm, ich nehm jedes Mal ne Kanal, ey. Die letzten Runden. Einer auf A, auf Sport. Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Ich hab den auf A gemacht. Ja, geht auf den Spot und guckt kurz, weil da kommt nämlich einer von Mitte dann. Okay. Ist der noch lang gewesen gerade? Ah, ich weiß nicht. Wer guckt wo? Glaubt nicht, Alter. Kurz. Kurzes Kampf. Schön. Kurz noch einer. Der hört mich. Juni, eins gegen eins. Oder ich hab die Steps gemacht, gell? Alter, ich hab die Uhr aufgezogen. Oh, der Uli hat mich eingeholt, ey. Ich renne die ganze Zeit gerade mit Granate oder mit Zeus um die Ecke, ey. Jetzt muss ich mich mal anstrengen wieder, ey. Ja, weil normalerweise bin ich der Schlechteste in dem Spiel, ne? Also, wo gehen wir hin? Nee, ich hatte 20 Punkte Abstand oder so. Ich hatte 20 Punkte Abstand oder so. gehen wir einfach wieder adis machen doch dann nix einer hat einer ist kathos doch nicht hierzu einer steht mit einer arbeit da auf lang auf lang geflasht ich wurde geflasht äh double dose auf lang lang ist frei kurz einer er hat er ist komplett frei auch im spot ist nur eine noch mitte die kommen von mitte alter was bin ich denn grad so schlecht ich hab dem 92 gegeben plant 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 hast du denn grad alex genannt plant plant wir werden seine aufnahme sehen schule vielleicht hat ihn zurück da kommt auf einmal so ne leiche rausgefallen bei lang uli ich hab deine ak ja ist gut da ist einer ich hab grad gedrückt oh wir haben gewonnen ja ich bin der reiz herzlichen tag fürs zuschauen der beste ist der joni die 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 Ich mach es. Tschüss.